Samatische Zeit Von Samatien las ich 1963. Auf einem schwarzen Leinband stand mit roter Schrift Samatische Zeit. Darin fand ich Gedichte aus einer besonderen Welt. Wo bist du geboren? Ich bin geboren in Memeland, in Pugegen. Das ist meine Heimat. Und jetzt wohne ich hier 45 Jahre. Ich bin geboren. Wie der Herbstwind treibt die Blätter, die herniederfallen vom Baum. Also treffen sich die Menschen. Flüchtig wie ein schöner Traum. Ich bin geboren. Ich bin geboren. Untertitelung des ZDF, 2020